Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS17 auf der Nordfrischmarsch-Vierfahrt. Einen wunderschönen guten Tag wünschen euch. So, ich habe schon mal wieder die Ballenpresse angeschmissen, den Traktor mit dem Mähwerk und jetzt werde ich auch den Schwader wieder anschmeißen. So, den kann ich auf den Hof fahren. Rundum leuchten an. So. So, den stelle ich jetzt hier und das da. So, das muss ich hier umziehen. Ich kann mich stellen, weil das nervt mich. So. Dabei kann ich schon den Ringelstreuer ankuppeln. Dann kann ich beim Händler schon mal ein paar Big Bags kaufen. Zwei werden, glaube ich, reichen. So. 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 Dann werden wir das gleich auffüllen. Ich glaube, da muss ich noch ein paar kaufen. Oh. So. 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 wenn. So. 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 das ist. So. 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 Speichern. Speichern. F20. Düngern. So. So, dann... So, dann das so... Oh! So... 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 Muss... So... 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 Vielen Dank. So meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Daumen nach oben da. Haut rein bis zum nächsten Mal. Tschüss.